Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Runde Let's Play Final Fantasy 2 auf dem NES und dabei ist wieder Kill Bill Hey, was geht's? Der 2nd Commentator Ja, genau Und ich bin jetzt ein bisschen rumgerannt, hab noch ein kleines bisschen gelevelt Oh, jetzt ist nicht so viel passiert Wenn du deine Maus hier rumbewegst, sehe ich das bei mir hoch Ah, ja, stimmt Das ist doof Das kannst du doch irgendwo deaktivieren, aber ich hab jetzt keinen Plan, wo Oh, egal Ich weiß, so sieht es jedenfalls aus und wir gehen jetzt hier mal in die City Kansas City Haben wir es nicht der Emulator so leise bei mir? Ja, ich weiß auch nicht Ach, weil Skype hier den ganzen restlichen Quatsch schon noch leiser macht, du bist Skype Du bist Skype, du bist Skype So, das ist ja heute was vom Spiel Viel lieber so Oh ja, da unten ist der Zaubermann Dün 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 Hallo, ich möchte mir etwas kaufen, Feuerblitz oder Eis? Ähm, ist egal, hab alles mal Achso, ähm, du hast nur 600 dann So, und jetzt wollen wir gleich mal das Objektfeuer nutzen, auf Maria, damit sie auch feuern kann und dann werden wir uns jetzt den erstbesten Gegner draußen stellen. Yes, ich werde auch mal immer safen. Safe, dead, safe, safe. Uh, kommt gleich ein Gegner, das ist ja sehr praktisch. Angriff auf den, Magie, Heilfeuer, nee Feuer. Feuer, Heilfeuer. Auf alle. Und Kampf. Mal gucken, was passiert. Kobold Guy fehlt. Bam, Kobold starb. Feuer. 4 HP nur. Und der andere auch, 5 HP, Wahnsinn. Wahnsinn. Wahnsinn, naja, mein Gott. Wenn das hier jetzt nicht so viel ausmacht. Ach so, ich kann mir gar nicht abwehre, ich kann nur Flucht drücken. Ach so, das ist ja doof. Feuer. Hey, Feuer. 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 Ach so, ich habe mit Feuer. Also ja. Das ist klar. No MP. So, dann gehen wir mal schlafen. Sorry Leute, ich habe das nicht gerallt. Jetzt haben wir es irgendwie bei Skype Audio Anpassung. Ich habe es deaktiviert, aber es kann sein, dass Skype sich jetzt nach dem letzten Update da versetzte ich nicht hat. Ja, das denke ich schon schon. Gehe ich mal kurz rein. Ja. Wo ist denn das unter Audio Einstellungen? Nö, der geht nicht an. Ah, ich habe es bei mir an. Gut, deswegen. Ach so. Ist weg. Gut, läuft wieder. Läuft. So, dann werde ich jetzt mal den Tipp ausprobieren mit Feuer deine eigenen Leute an. Ja, mach mal. Will da mal sehen. Das wäre mal eine Idee. Pass auf, dein Instant Kill und wir werden alle verlieren. Ne, du machst nur einfach einen ersten. Lampf, Magie, Feuer, auf Onkel ihn, Lampf auf den anderen. Oh mein Gott, der ist vergiftet. Das ist ja mal LP verliert, ey. Wer macht da jetzt ein Feuer oder was ist auf dem? Ich hoffe. Jetzt. Jetzt. Mams. Und durch. Ich weiß nicht. Das ist was tof. Das war ein Gerner Modell. Voll geil. Er kommt, er muss auch wohl überleben, dann kriegt er es. Einmal Kamm, komm, rauf und tot. Aber du müsst jetzt ordentlich was kriegen. Ne, du brauchst ja nicht. Ach, die ist doch gleich tot. Ja, na ja. Ach so, jetzt mein. Man weiß ja nicht, ob man nicht trifft, weißt du. Was bestaucht. So, wie sieht jetzt? Guck mal, pass mal auf. Fünften Jill. Vitalität hoch. Vitalität und LP. Siehst du das? Genau. Das ist Vitalität ist Konstitution, also quasi wie viel der Treffer aushält, ne? Mhm. Also, Brustpanzer oder so? Ne, halt nicht. Und LP ist Lebenspunkt, ja. Magie, Furion, heilt sich selber. Bam. Aber da hat es schon Mühe gegeben, ne? Da hier, Phoenix Daron. Ich meine, der hat ja auch die ganzen, das Menü komplett übersetzt und alles. Also, schon cool. Auch wenn er immer so kleine Buchstaben nur reingepixelt hat, aber so okay. Ja. 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 Wir brauchen schon ewig, bis man überhaupt mit dem Spiel wirklich anfängt, ja? Ja, das Problem ist halt erstmal, jetzt brauchen wir gerade ein bisschen Energie und, 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 und Chill, ne? Ja, und das sollte man halt ein wenig spulen, ne? Also, das solltest du eigentlich... Mach' ich ja gala. Ob die sich selber auch mal wegzaubern kann? Ich mach' mal nen Save. Ja, und immer mein Save machen, genau. Ach, ja, guck' ich kann auf alle! Ja, perfekt, das ist vielleicht noch mal so. Genau, cool. Okay. Sehr nice. Ich spule jetzt mal vor, ne? Ja, na, richtig. Klar. Oh, das hat jetzt... Du glaubst gar nicht, wie viel eine Million Kämpfe wir noch sehen werden. Eine Million? Also, ohne Scheiße. Gerade zum Ende ist dann weniger Text, ne? Also, gegen Ende hin. Da hast du wirklich viel zu kämpfen. Also, gewöhn' dich echt dran. Bis jetzt ist es noch relativ... Nicht viel Kämpfe. Obwohl du jetzt schon denkst, es ist viel. Feuer! Ey, die sind doch alle gleich tot? Ach, nee. Nee, nee, nee. Ach, da hast du Gifte, ne? Da sind so zwei grüne... Zwei grüne Bunknitter, ne? Oder so. Tja, sieht ja aus. Magi. Magi fix. Für... Krötensauce. Tja. Brrrr. Hehehe. Es ist cool. Was cool grünen, oder? Kampf. Nee, oder mal, der macht was anderes. Magie. Machen wir mal Kampf. Heil-Magie. Ähm... Feuer-Magie. Und Kampfes-Magie. Geile Scheiße. Aber du gewinnen musst gleich mal in die Zauber, ist auch nicht vergert. Was macht er jetzt nochmals? Heilen? Alle? Mhm. Entweder Feuer heilen. Äh, Feuer heilen. Na, du weißt ja schon, was ich meine. Na klar. Zack, 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 zack. Dass die auch nicht vom Kopf kriegen. Jetzt können wir die alle kämpfest lustig besiegen. Ehm, warte mal. Ich mach nur noch heilen. Muss mal überlegen, und der Patch da kommt. 2000 raus. Hm. Zu spät, ja? Ja, zwei Jahre später, ne? Krass Wurscht. Das wurde 98 übersetzt ins Englische. Und 2000 kommt der deutsche Patch. Ich wollte gerade sagen, 98, das war doch ungefähr die Zeit, so wie gerade Final Fantasy 7 rauskommt. Ne, 8 kam da gerade raus, ne? Zu der Zeit kam da hier der Patch. So. Wer sich noch dran erinnern kann an die Zeit. Früher. Damals, als wir noch jung waren. Jung und knackig und dynamisch. So Einkampf mach ich jetzt noch, ne? Ja, dann haben wir genug Geld, ne? Weiß ich nicht. Ach komm, wir haben schon so viel Wege geputzt hier. Das ist auf jeden Fall echt ne gute Methode, ja. Sich ja selber verbunden, um sich zu leveln, ey. Voll geil. Ja, das wurde so gesagt, und dann nutzen wir das doch mal. Feuer. Feuer, Feuer. Mach nur Feuer oder Marsch. Ne, ne, hat wieder auch kein Stuff. Ja, zu ne, jetzt gehen wir aus meiner Stadt. So. Checken mal die Lage. Checken mal die Lage, Junge. Checken, checken. Oh, guck mal da, es fehlt nur noch ein Häppchen. Kommt ihr da einen Kampf, den kommen wir uns mal noch machen. Na gut, okay. Ein Häppchen. Magie. Pfeil Magie. Auf aller. Kampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampfkampf. Ja. Und jetzt haben wir. Erstmal ein GIL hat das gegeben. Nur 388 richten wir es jetzt. Ja. Ja. Okay. Und jetzt? Jetzt haben wir 403. Das hat gerade voll wenig Geld gebracht. Volles Crank. Dann wurde er gecheatet. Squeeze the Gegner. Achso, warte mal. Nein, ich geh jetzt einfach den Zauber käufen. Ja genau, hol mal den Zauber, dann müsste eigentlich jeder heilen haben und zumindest die alte Feuer-Eis-Blitzer. Ja genau. Na ja, Feuer und Eis zumindest erstmal. Na ja, genau. Dann gehen wir erstmal. Wir müssen eh hier dann auch wieder runter. Exit. Jetzt hab ich Eis gekauft. Leute, kriegst du gleich mal. Was steht denn da im Hintergrund? Warte mal, geh nochmal. Da stand was. Scheiße, jetzt haben wir das noch mit zum Eis bringen. Haben wir Status irgendwie so? Ja, ja, hat man. Warte, Status. Zack. Ah, guck mir an. Na ja. Stärker, Agilität, Vitalität, Initiative, Psy. Na ja. Das ist wahrscheinlich so wie Psychologie, also Psyche, ja. Zeigkräfte. So, ähm, keine Ahnung. Aber das wäre nur 1, ja. Angriff, 4, nein, egal. Die Magie wollte ich sehen eigentlich. Was ist die Magie? Ja. Welche Magie? Status? Ne, da steht's nicht. Geben wir auf Magie. Wolltest du jetzt MP oder? Nein, ja, dort. Genau, guck, hier steht was. 1 von 31. Ne, das ist, äh, der, 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 der Level. Heile Level 1 und davon Stufe 31 sozusagen oder 31 mal benutzt. Ach so. Ne, 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 Stufe 1, passt schon. Und ich denke mal, wenn du dann, ähm, 99 hast, dann Level 2. Und genau, wenn du dann auf die 100 umspringst, bekommst du dann Level 2 vermutlich, genau. Ja, das haut hin, ja. Wie ist mein Stock an? So, jetzt gehen wir noch leveln, dass wir genug Butter haben am Start. Mhm. Äh, um einmal schlafen zu gehen. Mhm. So, dann gehen wir hoch links den Flüsse entlang. Ja, warte, ich bin noch schlafen gehen. Ach so. Erstmal ein bisschen Kohlen machen hier schnell. Ganz schnell. Okay. Einen Kampf noch, okay. Ja, okay. So, jetzt haben wir schon wieder 36 Gilder, geht ja relativ flug, flugs, flink, wie auch immer. Ja, er könnte man die Meisterteam mit einpacken ins Team, ey. Ist ja voll cool. So, guck mal, jetzt war schon noch fast blank. Scheiß die Wand an. So. Passt auf, Leute, wir gehen jetzt hier raus. Dann drücke ich auf I. Speichern. So. Jetzt gehen wir den epischen Epos nach. Fluss lang, sagst du. Bin ich auf der richtigen Seite des Flusses? So. Ach so, Herr Wockert und Wax. Naja, tu ja nebenbei mit auch noch, ne? Klingt jetzt komisch, ist auch so. Da muss ich mal gucken, wie weit es schon ist. So, weiter jetzt zum Fluss entlang? Erstmal in das Dorf hier? Ja, ja. Ach so, du meinst, ob du links da nochmal rein willst oder was irgendwie? Ich weiß es ja nicht. Du wolltest mich anleiten, wo ich lang muss. Ah, jetzt haben wir ja den Zauber gekauft, genau. Auf dem Weg nach Pimpin im Norden Alteas solltet ihr bereits ausgiebig trainieren, um die Waffenwerte und die Max-LP der Party zu stärken. Ausgiebig trainieren. Hammerklappig gemacht. Auf halber Strecke zwischen Pimpin und Altea liegt Gartea. Wo du vor uns warst. Ihr könnt, äh, hier könnt ihr... Warte mal, jetzt kommt der Eiszauber. Ach du Scheiße. Hier könnt ihr eure Ausrüstung aufstocken und rasten. So sieht der Eiszauber aus cool. Außerdem erfahrt ihr, dass im Gasthof von Pimpin ein verletzter Soldat versteckt sein soll. Ja, das haben wir auch schon nach vorne im letzten Post. Sollte das etwas Gotti sein? Der Bruder... Und der Bruder... Ne. Oh, das versteht ich gerade gar nicht. Die Sarah, die Sarah, die uns noch... Okay. Die Sarah, die uns noch Pimpin geschickt hat. Die ist ja... Ähm... Das Gott ist der Verlobte von ihr. Okay. Oh, jetzt heißt es, von da haben wir den Auftrag gegeben. Jetzt hat Skype ungeschalten auf schlechte Quali. Da wird es überhaupt nicht funktioniert. Ja, es geht schon. Ich will das Schiff da oben, verdammte Scheiße. Das ist bestimmt der Letztendgekner und der lacht uns die ganze Zeit kaputt, ey. Ja, genau, der brennt. Oh. Du bist richtig. Naja, ne, 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 ne. Ich will noch einen Kampf machen vorher. Dann wird sich das auch überhaupt load. Achso, und da oben links siehst du das Schloss? Da ist quasi Pimpin. Es ist auch ein bisschen Leveln, weißt du? Ja, so richtig. Ja, aber im Grunde die, die uns den Auftrag gegeben hat, die Sarah hier, die hat ja gesagt, mein Verlobter verschwunden, dieser Scott. Er war ein Soldat und ist ein Pimpin, ja. Äh, Quatsch, hat sie nicht gesagt, aber der ist da irgendwo da oben. Wir sollen mal nach dem gucken. Okay. Und hier in der Stadt jetzt, sollten wir einen Hinweis auch kriegen, dass er dann da oben ist. Ne, halt mal. Oder wahrscheinlich. Ne, 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 das ist ein verletzter Soldat da oben. Selber eins eisen. Und der kämpft. Boah, hier, guck mal, der hat ganz knapp überlebt. Ja, selbst, selbst Kill-Wahn. In dieser Stadt sollten wir auch unsere Rüstungen und so. Okay. Ja, Rüstungen. Ihr könnt eure Ausrüstung aufstocken. Und rasten. Ja, wir gehen jetzt mal schlafen, ne. Rasten. Rasten. Rast. Ausrasten. Ja, ja. Rasten. Rasten. Und jetzt soll mal Ausrüstung kaufen, ne, die haben ne Macke. Mit 108. 10. Oder so. Na, jetzt will ich langsam. Der Opa läuft geil. Ja, mhm, mhm. Ach, ne, da unten ist ja der Item Shop, ne? Ne, nicht Item, Ausrüstung. Ah, ja, die war hier auch rechts, glaube ich. Ja. Ja, ja. Da bin ich mir an secure. Das ist so krass, ey. Wögen. Ausrüstung. Das ist aber Waffe. Machen wir das. Ist es doch auch Ausrüstung, oder? Naja, ich weiß nicht. Es tut mir leid, eure Geld rechnet aus. So, wissen wir schon. Geh mal in Ausrüstung, weil Waffen haben wir eigentlich gute. Okay. Wir haben schon, stand da jetzt echt Holz und so? Ja. Ich glaube, die haben wir gerade an, ne, sowas. Ich weiß nicht, was wir an haben. Wir gucken mal. Äh, Rüsten. Führung. Hat. Ja. Kein Helm und keinen Arm. Hat einen Leder an. Ja. Linke Arm. Okay. Aria hat nur einen Mantel an. Ja, guck, Holz. So haben wir ja schon. Jetzt muss man das mal gucken, ob wir was machen. Und Erda hat nur ein Leder an. Also wir haben Leder und ein Kleid. Leder und Kleid. Das war's. Nicht gerade viel. Leder heißt wahrscheinlich sowas wie Lederwanz oder so, ne? Hm, genau. Kleider, Leder, Leder, Leder. Tja, tut mir leid. Aber für andere Leute. Ah, ne, guck mal hier. Für Kopf. Ja, genau. Und einen kleinen Schild. Ne, mal Lederrüstung. Wenn wir die brauchen. Ne, ne, Lederrüstung haben wir ja schon an. Ja, aber nur einer. Ne, ne, zwei. Pass auf. Guck noch mal hier. Er hat Leder am Körper und ein kleines Schild. Na ja, genau. Arm und Kopf hat doch nicht. Und Erda hat auch... Ja, genau. Er hat alle Leder und Kreder. Er hat eine Hax ist ja eine Zweihandwaffe, nehm ich mal an. Deswegen wird er aber kein Schild tragen können. Ne, wissen wir nicht. Kriegen wir noch aus. Jedenfalls kaufen wir jetzt mal zwei Lederhelmer. Ja, das klingt gut. Oder erstmal einen. Ne, ja, ne, können ruhig zwei Leder. Ne, wir hatten nicht genug Geld dafür. Achso. Christian, der da... Ne, warte mal. Können wir gleich mal gucken, ob die Leder anziehen kann. Lederhelmen? Ja. Cool. Ist ja im Moment auch noch die schwächste Person im Team. Ja, also von daher. Ja, das stimmt schon. Gut, jetzt haben wir erstmal... Scheiße, Geld holen. Ja, wir müssen am Anfang ist das halt ein bisschen Geldfarming wahrscheinlich. Nein, ich hoffe und ich denke, später wird es besser, aber... Deswegen, also habe ich ja gesagt, ruhig mal fast forward. Ja, mache ich ja. Bist du mal auf heute, wir machen das so, ja? Lalalalalalalalalalalalalala. Hat er auch geschrieben hier, ausgiebig farmen, also... Ja. Gut. Ausgiebig. Oh, halt. Ähm. Muss ich mal schnell wieder auf Magie switchen. Feuer. Auf in. Kampf auf den... Wieso. Ähm. Hm. Schade, er ist geflohen, der letzte. Mhm. Und auch mal ein Save-Set machen, ne? Ja, mache ich gleich. Machen wir noch Feuer. Nein. Boah, Arsch. Ja, manchmal ist das so, ähm, man darf hier den Knopf nicht gedrückt halten. Sonst wird er nämlich weiter akzeptiert, einfach. Wenn man gedrückt hält. So. Pass auf, jetzt machen wir folgendermaßen. Magie von ihm. Er heilt sich selbst. Cool, oder? Ist doch voll ultra. Jo. Mhm. Toll, ist ja gegen ein Gegnerslot richtig, ey. Mhm. Da gibt's Risch. Guck mal. Gib mir doch mal ein bisschen mehr... Gegner. Ja, so. Also er kämpft. Sie markiert. Feuer auf sich selbst. Boah. Er knüpft. Ähm. Magie. Feuer auf sich selbst. Oh, er hat sich selbst getötet. Scheiße. 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 Ähm. Wenn wir hier Cheats benutzen sollen. Zwecks, äh, Geld und so, dann ruhig mal eine Kommandare räumen. Dann machen wir das. Wir sind offen für sowas, weil, ihr seht ja selber was los ist. Es dauert lange. Es dauert einfach lange. Und das ist auch in eurem Sinne. Genau. Aber wenn ihr darauf nicht steht. Kein Ding. Dann lassen wir das. Also machen wir das. Komm, verpiss dich, du Klimmarmwand. So. Hier kann ich doch bestimmt bei den Leuten wieder beleben, oder? Ich hoffe. Ja. Ihr sprecht ein Gebet. Ui. Ein warmes Licht berührt euch. Aus der Ferne ertönt eine Stimme. Wie nett. Verlorene Seelen. Verlasst das Reich der Dunkelheit. Blingi, blingi. Ah geil, da kommt Engel. Haha. Wie geil. Okay. Kann ich jetzt für ein Menü, damit ich das sehe? Äh. Oder damit ich jetzt gleich Magie benutzen kann? Wahrscheinlich deswegen. So. Ne, speichern. Damit du speichern kannst. Ne, ich soll doch nicht speichern. Ich kann auch bloß unterwegs speichern. Da, nur auf der Landkarte. Ach so. Hä? Bist du jetzt voll mit jedem, oder? Hm? Du bist da, hast du jetzt überall voll. Ne, ob du volle Energie wieder hast und so weißt? Ja, soweit es geht. Soweit das auch reicht, vor allem. Ne, die alte, die soll sich ja selber noch befreuen, ordentlich. Wann ich dann? Ja. Damit sie auch mal ein paar HP bekommt. Meinsler? Ja, das ist mein Ziel. Und vor allem die Magie aufwerben. Ja. Ja, das macht sie ja auch. Ja. Na gut, man muss auch sagen, die Rüstung ist jetzt nicht so teuer wie Magie und so, ne? Ja. Das hat man vor uns schon schlimmer gesehen mit 400. Ah cool, wenn sie sich selber vereist, also Eis ist sie nicht so empfindlich wie gegen Feuer. Oh ja. Und das obwohl sie so wenig an hat. Naja, aber das ist ja das Problem, weil, du musst ja so sehen. Magie ist Magie. Magie ist Magie. Magie ist Magie. Und da kriegt sie den Wert. Und so mehr also Magie. Stimmt. Stimmt. Leidet. Das geht dann nicht nur, dass es mal anwendet, sondern auf der anderen Seite tust du es natürlich die Magie auch damit aufwerden. Da geht es wiederum nach Anwendung. Mhm. Richtig. Das ist so ein Zwiespalt. Man ist im Zwiespalt. Oh, sie ist tot. Schon wieder. Schon wieder. Da ist grad voll down gegangen, ey. Also down. Ich mach immer mittendrin mal einfach so ein Framescape rein. Ja, Leute. Nicht, dass ihr euch wundert. Das ist nicht das Video, was hier ruckelt. Ja. Das bloß ja damit, dass alles ein bisschen schnell geht. Genau. Zwei wichtige Stellen tun wir natürlich nochmal. Ehh. Und ich will es wegen, das würde ich nie tun. Nie tun. Außer sehen. Oh, verdammt. Verdammt normal. Hat mir ja schon bei manchen Stellen in sich gedrückt. Ja, zwei. Ja, ja. Was stand da gleich? Scheiße. Da geht es demnächst auch weiter. Auf jeden Fall. Ja, definitiv. Muss es ja. Ich hab doch noch was anderes im Peddo. Echt? Ja, genau. Wir haben noch was anderes im Peddo und das kommt dann auch irgendwann. Demnächst. Auch in ihrem Kino. Genau. Kobalt. Oh, der hat sich schon wieder selber gekillt, ey. Ist die dumm. Warum? Es kostet aber auch kein Geld sich wieder zu beleben. Naja, guck mal. Das nächste ist ja. Ähm. Ich glaub deine Magie wird stärker. Weißt du? Deswegen kill die sich jetzt immer wieder selber. Ja, wahrscheinlich. Du musst langsam mal. Der hat ja nur gesagt, am Anfang mal kurz. Verstehst du? Später ist es natürlich dann. Oh, äh. Ja, aber die kriegt ja sonst gar keinen Schaden in dem Spiel im Moment. So. Guck mal, wir gucken mal wie viel Geld. 282. Geil, wenn sie tot ist, ist das ein Kreuz dort auch geil gemacht. So, immer noch 282. Also, wie ihr seht. Ja. Ja, sie muss das ja auch überleben. Freilich. Logisch. Das bringt ja nichts, wenn sie immer tot zaubert. Das ist korrekt. Das werden wir natürlich jetzt beachten. Jetzt können wir es verschlafen. Ja, genau. Oh, schon 200. Können wir was kaufen? Ja. Das war mein Ziel. Wir werden jetzt noch zwei Helmchen kaufen. Das war weiter oben, ne? Ja. Ist doch nicht alt eigentlich schon. Blabla. Okay. So. Sag mal, das Leder ist doch irgendwie... Das hier ist bestimmt Armleder, ne? Aber du hast doch irgendwie so Pixelfehler, siehst du die? Ja, das sieht komisch aus, ne? Ja, das ist auf jeden Fall falsch gepixelt, aber... Das würde mich halt interessieren, ob es in der anderen Version anders aussieht, aber ne? Gut. Das gucke ich mal offscreen. Das werde ich euch berichten. Das werde ich euch berichten. Das wäre jetzt krass, wenn es dann anders wäre, weißt du wie ich meine? So, wollen wir jetzt weiterziehen, oder was? Mhm. Mhm. So, ich gehe auf die Weltkarte. Ich drücke Quick Save. Und ich speichere noch In-Game. Mein bist du krass drauf. Sicher ist sicher. Sicher ist sicher, ja. So, weiter geht's, ja? Hier hat man den Beklang und dann oben oder unten, ne? Bestimmt noch oben. Links, ja? Und dann nach hoch, ja? Das machen wir noch. Das sollte man dann zu dem Schloss gehen. Das Schloss ist das Ziel. Ach, wir sollen zu dem Schloss? Da war ich doch schon. Da haben sie mich doch direkt gekillt von der Möhre her. So, es tut mir leid, dass hier kein Ton ist, während ich ein Frameskip mache. Aber es ist so schnell, dass das NES-Wörter da nicht hinterherkommt. Das Schloss hier, ne? Ja. Oder? Ja. Fight with me. So, direkt ins Schloss oder soll ich vorher noch in die Häuser rein? Ähm, ich brauche nämlich in den Häusern drin. Warte, ich zeige es dir einfach noch mal, was du vorhin nicht so richtig mitbekommen hast. Äh, ne, auf keinen Fall in die Häuser rein. Darf ich es noch mal kurz zeigen? Nein, da kommt Gegner. Da steht nämlich einer. Den habe ich schon versucht zu kämpfen, nämlich von jedem. Ne, das ist... Ja, hat er auch gesagt, direkt zum Schloss. Ich komme nicht zum Schloss, ich kann nicht rein. Wie, du kommst da rein? Ich komme nicht rein, ich kann nicht nach oben laufen. Dann machen wir noch einen Kampf. Äh, ja kämpf mal kurz noch, dann saue ich das sofort, wie es mal geht. Und zwar... Vielleicht ist das auch das falsche Schloss? Nein, 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 nein. Ich gucke noch mal auf die Map. Äh, viel... Ach ne, da oben drüber, kann es sein, da oben drüber gibt es noch irgendwas? Kann wirklich sein? Ich gehe mal hoch. Ne, Quatsch, ne, gibt es noch. Ne, 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 ist schon das. Ah, ah. Aber wenn ich da nicht reinkomme? Doch. Ich sag, mach ein paar Kämpfe, musst eh ein paar Kämpfe machen. Und zwar lese ich mal eine Geschichte weiter. Also. Auf halber Strecke zwischen Pin und Altea liegt Gartea. Hier könnt ihr eure Ausrüstung aufstocken und rasten. Ja. Haben wir ja gemacht. Außerdem erfahrt ihr, dass im Gasthof von Pin ein verletzter Soldat verstecken sein soll. Ja. Sollte das... Sollte das etwas gotti sein? In Pin angekommen, findet ihr die Stadt von feindlichen Soldaten besetzt. Äh, vor. Kämpfe mit dem Wachen solltet ihr besser vermeiden und stattdessen zielstrebig den Gasthof. Erst nach oben, dann außen... Ah, okay. Das mach ich. Außen herum, nach links, unten. Äh, ja. Erst nach oben, dann außen herum, nach links, unten. Aufsuchen. Gibt dem Mann... Der ist aber... Der ähnliche Stiefentyp war vor. Ne, ne. Du musst irgendwie außen rumlaufen. Da gibt es einen Trick. Da musst du außen rumlaufen. Äh, genau. Gibt es irgendwas zu looten? Kann man dem Spiel überhaupt looten? Ja, wenn... Ja, ja. Wenn, dann... Genau. Wenn, dann sowas. Ja. Und die Bücher? Naja, das weiß ich nicht. Okay. Na, schauen wir mal. Tja, Leute. Wir sind jetzt hier schon wieder fünf Minuten über dem Part. Wir sehen dann, wie es hier weitergeht im nächsten Part. Macht's gut. Bis dahin und tschau'sen. Jetzt hat der Kilby auch noch tschüss. Ja, ach so. Tschüss, ja. Bis dahin.